Also ich denke, die Trophäe hinzukriegen, das ist nicht unbedingt das Problem. Das sollten wir schaffen. Und warum passiert jetzt hier nichts? So, und wenn ihr so einen Fall mal habt, wie gesagt, dann sind die Seitenmonitore immer ein hilfreicher Ausstieg. Wo ihr dann festhängt. Wie ihr seht, er hängt fest. Aber um aus so einem Bild wieder rauszukommen, ist es ganz einfach. Und zwar geht ihr hier rauf. Dann geht ihr einfach rauf. Ingenieure, weil dann der Hauptbildschirm geändert wurde, kann ich jetzt rausgehen und siehe da, es hat auch ein Ende. Also ich komme dann aus diesen lokalen Diensten da wieder raus. Ist also so ein kleiner Ausstieg. Danke für eure Kooperation. Wie wäre es mal, wenn es hier auch funktioniert? Das war's. Danke. Gehe, 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 Gehe.